Mein lieber Schwan, wir haben uns das denkbar heißeste Wochenende ausgesucht, um die 11. Ausgabe vom Talk hier zu machen. Diesmal zum Thema Graphic Novels. Und wir haben uns illustre Illustratoren eingeladen. Also da wären Olaf Brill, Wolfram Damerius, Stefan Kuhn, Michael Vogt und Michael Wittmann. Wir wollen über Graphic Novels sprechen und Fragen stellen. Zum Beispiel die, maßt sich die Graphic Novel an, ein höheres Niveau zu haben als der gewöhnliche Comic? Oder auch Fragen wie die, kann die Graphic Novel einen neuen Zugang für Neuleser zum Buch bieten? Die Graphic Novel vielleicht als eine Möglichkeit, Jungleser für Bücher insgesamt zu interessieren. Das sind Fragen, die wir stellen wollen. Diese und noch viele, viele mehr. Und unsere Gäste sind absolute Experten auf dem Gebiet und werden uns, glaube ich, einige interessante Antworten bieten können. Und die Diskussion kann natürlich auch heiß werden. Wir werden sehen, gerade bei der Wetterlage. Wir freuen uns auf euch und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag um 20 Uhr bei www.youtube.de-brennende Buchstaben. Bis dann!